da kommt der Böse Mann und die Bösefrau der FC was ich ja ein was mich schon ein bisschen interessiert das Pläntnis ist von Wies und es kann man nicht den Korb zocken aber ich hab's ja ich hab's noch nie gespielt also blind wieder mal ja blind alles ist für dich blind so auch Gründer oft ein immer noch blind es hat doch jeder auf der Welt gespielt man er außer ich außer du du bist wieder der einzigste für den Außenseiter wenn sich die Lutzzeit gelingt und weiß alles wo ist wo Okurie noch teilen okay ich so in der Suchnahme macht die Skull zu lassen oder wie die hiechen ja ich kann meine Sachen wegbringen ne ich gehe mal in Sachen kurz wegbringen und lass sie ein Stingeln Boah kann ich jetzt mal totales Spielzeichen das Spielzeichen da kann ich gedacht auch noch totales Spielzeichen na gut wie heißt es er war gestiegen und ich will es bleiben die die Schwestern Tagsüber und so tag die Pisten aber die auch als Tags die Pisten aber auch schon wunderschön A ja und ich weiß nicht mehr wo es geht auf und so Klinik machen wir heute was machen wir heute Klinik ah da geht es ja um mich doof Arsch Arsch Loch du Arsch mit Ohren du du mach den Kackehaufen wegs oder du ich bringe dich um ich mache dich kranken aus Krankenhaus ist als Crankenhaus dann mach ich dich voll Crankenhaus oh mein Gott ich muss voll pupsen da hat Spaß A wir arbeiten gerade die Pistons war das regt vorauf ich tue nein nicht das ja was nützt eigentlich jetzt die Ranch Bambus halt keine Ahnung haben wir Bambus Bambus Bambustrusse was Bambustrusse Bambus Diener schon zu einer Red Sandstone und das Donner Schiene rein ja N Brains 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 Ja genau, die Bitterer war ins Gesicht geknallt. Warte, ich entlade, meine Scheiße bei dir! Nein... Ja, deine Scheiße entladen. Jetzt stinkt alles voll. Ich wünsche dich ein Rahmen und meine Scheiße bei dir entladen. Jetzt stinkt alles voll. Netzun Netzed expected Mario. Was? Metzmat Mario, noch mehr Eisen! Met NDSI? Japp! Kenn ich nicht. Assi! Horror! Das bleibt dir... Maullich zu offen, zu offen, zu offen! Den ethischen Spendern. ja ein Dispenser weiß ich was es ist von Team Fortis 2 nein Minecraft in den Dispenser Lusch ach so die Dispensers ja die Dispensers schießen so da ich dir die einmal austesten ja ich kenne das schon ich kenne das schon dadurch die an die austesten nein du wirst keine Pfeile mit den Sentry ich meine mit den Dispensers nach mir schießen nach schade wer aber lustig mich aber nicht im Solu Deutsch du Lulac hier Oko noch mehr Bambus und bei allen Bambus am Arsch und was der Fakt Watt der Fakt na komm mal kurz bitte runter L L L L das in den in der Karten zu uns und so angefangen ist Atlantis ich weiß nicht mal wo Atlantis liebt Alter wir gehabt gebaut haben ich habe doch gar nichts gesehen wir haben statt Geburt haben die ganze Zeit an dem Ort warte ich zu ihm sucht nach 4 und sucht nach hier in der Nähe also bin ich und bis zu wo wir gerade waren Prozent wo ich sehe ich nicht wo wir nur fünf Minuten waren die sich verarschen denn wo in den Unser Hohen du bist echt eine Schande der Menschheit ich werde hallo ich habe nun bestellte ich aber aber unser Garten und fruchtet hier wo wir gerade waren und mein Käfer in meiner Mieter im Hohenportal in Höhenportal ja genau aber dahinter das hat das hat er meine Miete und da waren wir gerade drinnen ja sagt doch gleich in den in der Mieter habe ich doch in der Mieter das er hat mir geht es nicht in der Mieter Schau mal in der abgelandet ist das soll auch klatschen zu können das ist doch auch klar ja Atlantis unter der Miene Spinnen er hat was für viele Spinnen kommen die der 1 der Börse geteilt okay du bist vor was die Rüstung ich habe auch eine Rüstung Schirro-Rimo nach nach oben kommt die Hege mehr Seil für alle kommen die überhaupt her aus Schlimm-Fausen bitte sehr das nenne ich meine Art Miene sage ich jetzt mal dazu das soll aber das ist dann das werden Okul Eisen Ober-Uns er hat mich nicht zu und machte Kuhl-Uns für den Lüge bei diesen Kuhl-Uns ich bin der Eisenmann der Kuhn auch wenn sie lieber sein Eisen lieber aufgeben als sie ist scheiße noch mal zu hören ich bin der Eisenmann der Kuhn so ist sie noch oben 1 2 3 jetzt ist was ein klar oder wie ja auch schon zuerst mal ruhig tun Spaß Backelu das sieht aus wie es ist drei hier nur in einem in eine in einen Keller du bist auch so ein Sims 3 im Keller schlagt dich gleich das hab ich gerade doch vor hab ich schon vor du hast doch voll die Probleme man ja aber selber ja was ich brauche wenigstens was auf dem Server und der kümmert sich um seine Drecksfarm die wir nur jedes halbes Jahr oder jedes Schaltjahr brauchen und der schlägt mich habe ich habe ich das verdient mit fünf Jahren Ehe keine Frau soll behandelt werden wie ein Möchtigen Gangster ich bin kein Möchtigen Gangster What the fuck Boom hier ist wirklich gelitten Creeper Face du hast doch Probleme was mit dir du hast Probleme mit dem Rahmen und du mit meiner Mama älter Koloff von der Mutter Mausenspiel aus dem Spiel ja aber mein Kürtel der Mutter ist doch nicht mein Kürtel lass sie aus dem Spiel sie wollte zocken habe alle hat immer ihren Passwort vergessen ja so kann es gehen so kann das Leben also verträgt scheiße laufen vor allem geschüssen er geht es zu ab abkacken hier ich habe nur ein Riespick Exome der Kürtel Diamant-Pick Ex-Welcher noch Hüten wie ein Schatz mein Schatz mein Schatz Alter du ist echt ein bisschen krank ne du bist ein Gollum aus Herr der Ringe Mann wie soll ich wie soll ich denn bitte schön krank sein aber warum gehe ich da noch in der Schule du bist ein Gollum aus Herr der Ringe ganz an der Wand rum und sagst zu den Klassenkameraden mein Schatz genau gehst du zu leeren vor mit deiner Brust rum mein Schatz ja oder wie ich fass jetzt Titten an und sagt ja genau ja ok ok lass das mit dem Kürtel oder so was das macht ok 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 also ich sag schon mal eines äh lieber doch nicht Leute nachmachen ok 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 das war eigentlich mein bester Freund Maxi ja da Maxi hast geil so äh der ganz aber richtig geil der ist auch richtig geiler Typ KPMann ja der KPMann ich weiß wer Maxi Mann ist ah KPMann mein Name ist Maxi Mann Farsitmann wer bist du denn ich bin der KPMann und ich bin Adolf Adolf Hitlermann Halter ich wünsch gemeldet werden gegen dir da kannst du gehen rüber oder wie ich kann mal Kind gemeldet werden zu dir also halt machen wir sind endlich Boah hack mal ab hack ab hack du doch ab gleich wieder da ja hoffentlich geht der scheißene ist der ist der ist eine Woche wieder weg nein nein ah 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 guck das mal guck das mal Mann Mann Maxi ich bin grad während der Aufnahme bist du gar nicht er hat mich gar nicht nicht da hat mich ganz kurz angerufen und er hat mich ganz kurz angerufen ich zeichnen ich meine ich will dein Kind sein und dann aber jetzt hat sie mich angerufen wollte er gar nicht herrschung von typen mit ein bisschen ja wird nicht lang sein wird nicht lang sein doch Kürzmann die hallo ja hast du eigentlich aufgenommen Karnung Stunde fünf Stunden drei Stunden das war schon in den längeren Parts steh ich mir schon vor der Weichert für Vorproduzent für morgen und für Samstag und für Sonntag und von Führung heute für deine Mutter weil ich brauche mal wieder Part, sie haben gar keine mehr also ich bin empty bis jetzt also wie lange hast du jetzt eigentlich aufgenommen, sag mal ehrlich schweiß ich doch nicht lange haben wir telefoniert ich hab gar 40 Minuten aufgenommen und rate man wie lang wir angerufen haben 40 Minuten also gehe ich von aus dass wir 40 Minuten aufgenommen haben ein wenigstens mindestens vier Parts oder so könnte gut sein vier Tage ach äh ich soll mal das LP jetzt mal beenden hier dann genug gibt es auch Du willst du nur für deine Mama Zeichen gehen du Pussy Alter wer will das haben die Zeichnung Maxi, Kapitel, Kapitel, Kapitel dadurch kaufen gemacht ist er hat und was bleibt Moral erst mal den Typen er heißt er eben nicht morgen nicht nur wegen kein morgen noch morgen vor allem wer sagt das ein bisschen übertrieben mit denen aufnahmen jetzt würde ich sagen lieber doch schau oder hatte worin zum morgen so hat man das ist saftig ein aufs Maul bekommen von mir so jetzt wird er bestimmt beleidigt seine zweite bestimmte der ist der ist zwölf jahre sieht aus wie ein 16-jähriger ist groß mindestens 187 Watt der ist zwölf Jungen der zwei Jahre jüngert sich ich meine der ist 13 sieben zählt eine jüngert sich weiter er tut mir ein bisschen Angst komm wir machen auch kurz die reihe weg nennen dann hören wir gut aus und sein körperlicher Geist im Angriff sehr stark also kann er gut austeilen ja so was kann nur russen ja entgegen dass es muss wie gegenüber russen oder so ein Rassismus wenn die halt stärker sind die stärker ne kann man auch nichts dran machen was sagen rassismus die russen stärker sind die russen stärker genau wie wir um das sind wir denn überhaupt wir sind Prozent genau sie ist wirtschaftlichen für gut und die russen nicht also es haben so manche Rassen an sich oder Länder oder das heißt Länder die in die 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 aber in Korn besprechen jetzt lieber ein anderes Thema oder wo alle eigentlich hätten wir jetzt schon lieber ein Pausen macht das ist Politik was wir machen Politik Politik warum eigentlich sollen jetzt in ganzen eine Stunde Park aus Kuhl kreativieren oder was ich mach doch draus fünfzehnen Partei okay wir machen auch nur es sind was das Video oder was nein es hat sich noch nie gemacht was wird zehn Minuten wie du es in der Wasserfläche aufgeholt vorbilden ja wenn ich mal Freizeit mit mir selbst haben möchte dann ja was Freizeit mit dir selber das hätte ich ein bisschen pervers an wir wissen schon alle was er meint ein Rundholen ja klar ich werde ich ein Teil da reinschauen oder sowas ja und hier klar okay dann machen wir jetzt einfach mal Schluss weil sonst heult der Gio noch hier die Bude voll ja du ja ich wollte ja noch weiter aufnehmen nein also dann sehen wir uns im nächsten Aufnahmeset tschüss tschüss